Willkommen zurück zu The Wolf Among Us. Wir haben schon die erste Episode zusammen gespielt und ich freue mich total jetzt schon direkt auf den nächsten Part, denn der erste war ja schon spannend genug. Unser Wolf hat eine Frau gerettet gehabt, ja, bei irgendeinem total brutalen Kerl, der wohl auch ein Fabelwesen ist, wie anscheinend einige Personen hier in dem Spiel. Und ja, ich habe keine Ahnung, was hier noch auf uns zukommt. Basiert auf Fables von Bill Willingham. Genau, das meinte ich. Das basiert auf dieser Comic-Reihe, die ich allerdings nicht kenne. Leider. Könnte ich da bestimmt mehr zu sagen. Ja. Ich werde mal hier nebenbei in die Einstellungen gehen und mal ganz kurz die Audio stimmen. Ich möchte eigentlich, die Haupt-Lautstärke ist eigentlich okay so. Ich dachte, ich könnte hier die Stimmen lauter machen. Aber okay, kann ich nicht. Na gut. Und dann gibt es hier noch ein Märchenbuch, habe ich gerade gesehen. Stimmt, wir hatten da irgendwas freigeschaltet. Jetzt will ich mal wissen, was ist denn das hier überhaupt? Ah, dann kann man sich hier das, oh, kann man sich das hier alles durchlesen? Bigby Wolf, Sheriff von Fable Town, der berüchtigte große böse Wolf, ist bekannter für Schweine und Mädchen, in roten Käppchen zu quälen, aber verseucht diese dunklen Tage, aber, achso, versucht, verseucht, aber versucht diese dunklen Tage hinter sich zu lassen. Bigby ist nun als Fable Town Sheriff tätig und bleibt zumindest in seiner menschlichen Gestalt. Die Bewohner von Fable Town trauen ihm wegen seiner brutalen Vergangenheit nur zögerlich über den Weg. Bigby ist entschlossen zu zeigen, dass er sich wirklich geändert hat. Doch manche Instinkte lassen sich nur schwer kontrollieren. Der Holzfäller, gefallener Held. Der Holzfäller ist einer der wenigen, die es direkt mit Bigby während seiner Zeit im finsteren Wald aufgenommen und die Begegnung überlebt haben. Er versucht, Rotkäppchen zu retten und schlitzte dem großen Wolf mit seiner Axt den Bauch auf. Dann füllt er ihn mit Steinen und warft die Bestie in den Fluss. Seine Beliebtheit ist zu seinem Missfallen geschwunden. Selbst sein Name ist in Vergessenheit geraten und er ist nur noch als der Holzfäller bekannt. So, die anderen lesen wir noch, auf jeden Fall. Aber erstmal möchte ich jetzt noch das Spiel fortsetzen, bitte. Ich gehe mal hier nach links. Kann ich? Nee. Da ist aber jemand. Deswegen bin ich nicht dort rüber zu kommen. Komm da raus. Wo gehst du und wieso hast du dich versteckt? Noch ziemlich spät unterwegs. Wieso hast du dich versteckt? Das war also Belle. Ich halte mich daraus. Nein, ich kann das nicht. Versprochen. Ich sag dazu mal nichts. Ich sag dazu mal nichts. Tja, ich weiß ehrlich gesagt noch gar nicht, was wir denken sollen, weil die Personen alle irgendwie neu sind und man die ganzen Hintergründe noch gar nicht kennt. Deswegen habe ich mal einfach nichts gesagt. Naja, der scheint ja gut zu pennen hier, der Aufseher. Können wir uns ja in Ruhe hier umschauen. Immerhin. Kannst du ja trotzdem mal nachschauen. Okay, keine Post. Für unseren Freund. Was ist mit der Statue hier? Davon wacht er auch nicht auf? Okay. Okay. Ja, dann sollten wir ihn mal ansprechen. Hey, du wankst? Wahrscheinlich für das Beste. Okay. Dann lassen wir ihn in Ruhe. Ist vielleicht nicht so wichtig. Wutland Verzeichnis. Das will ich nochmal sehen. Ich habe jetzt gar nicht gesehen, wo wir stehen. Ich würde das gerne mal einfach länger aufmachen, weil ich immer auf alles mögliche dann gucke. Wie heißt er denn nochmal? Wolf, oder? Einfach nur Wolf? Steht hier irgendwo Wolf? Man hat Storage, man hat Storage. Ach, egal. Gut. Schauen wir uns einfach mal um. Aufzugknopf. Das haben wir hier noch so. Nix. Okay. Dann fahren wir einfach mal mit dem Aufzug. Da kommt er, glaube ich. Jawohl. Unser Aufzug ist da. Ich halte mich daraus. Hab sie nicht gesehen. Ich sag mal nein. Hab sie nicht gesehen. Oh. Okay. Sorry to bother you. Dammit. Tja, obwohl wir keine Ahnung haben, einfach mal ein bisschen Rückendeckung gegeben für die Frau, obwohl es nicht schön ist, aber hätte er gesagt, ich halte mich daraus, dann heißt es ja, er weiß was. Also entweder dann klar ja oder klar nein. Und um sich rauszuhalten, finde ich, kann man dann auch eher mal nein sagen. Okay, er will nicht angerufen werden. Nur was hat Belle da... Was macht die da draußen im Busch? Aber er gerät anscheinend auch gerne in solchen Situationen. Ich glaube, ich muss mich auch erstmal wieder daran gewöhnen, solche schwierigen Entscheidungen in kurzer Zeit irgendwie zu fällen. Vielleicht haben wir ja erstmal genau ein bisschen Zeit, uns jetzt umzuschauen, ein bisschen runterkommen. Was haben wir denn so? Nichts. Toll. Vielleicht im Kühlschrank noch was zu essen? Na, hat er Hunger? Bestimmt. Neuer Eintrag im Märchenbuch schon wieder. Okay, das haben wir uns angeguckt. Ach, vielleicht ist da noch was zu essen. Oh. Heißt das hier ist noch jemand? Ich höre jemanden schnarchen. Will er denn, dass das Ding an ist? Na dann. Oh, ein Schwein. Ein Schwein. Ich glaube es nicht. Okay. Ich bin müde, ich habe nur den einen. Ja, runter da. Ja, raus. Ein Schwein. Okay, wir reden mit Fröschen und Schweinen. Schön. Got a smoke? Thanks. Couple thousand more of these will be even on that house you owe me. This has got to stop. You can't keep sneaking off the farm like this. The fresh air and sunshine pitch they sell you on is bullshit. I didn't escape out of the homelands to end up in some prison, okay? Übertreib's. Ich sage dir, was ich tot gesagt habe. Das werde ich nicht. You don't know what it's like, okay? You haven't been there. Come on. That's a little dramatic. That for me? Nope. The house didn't blow itself down, Bigby. That's all I'm saying. Do with that what you will. Now, I'm not saying it's reason enough for me to have definitely been offered to drink, but, uh, it would have helped ease some of the pain you once caused me, yes. It also would have shown everyone how different you are now. Ich will mich nur etwas ausruhen. Nur meinen Schluck. Ich will mich nur etwas ausruhen. If that was all you were saying, I'd be able to get some rest. I take it all back. This is why everyone hates you. Ich hatte nur Hunger. Alle hassen mich. Besser, ich werde gefürchtet. So, everyone hates me. Nah, I'm just giving you shit. I'm doing my best here. Clearly that is not true. What with the selfishness with the bourbon. But, uh, no. Um, hate's the wrong word. They fear you more than anything. You ate a lot of people back in your day. I thought we were all supposed to have a fresh start here. I can't change the past. Well, you can't change people's memories, either. Look, I'm not saying it's fair. But it's real. People are scared of you. I mean, look at your hands. Who'd you get in a fight with? A fable, right? I'm sure you're not going around puncher Mondays. I'm sure you're not going around puncher Mondays. I don't need advice from a pig right now. Don't shoot the messenger. Or eat the messenger. Whatever it is you do. You think my job is easy? You try keeping a bunch of fables from killing each other. How do you think this all works? I don't know. How? Todd, Belle, da war ein Mädchen. Da war ein Mädchen, sagen wir es mal so. I don't actually know her name. Awesome. Great example. Life is easier with friends, Bigby. And we live a long fucking time. I know you like this whole lone wolf thing you got going for yourself. But I've seen the way you look at snow, okay? You're not fooling me. Will you shut up? Well, maybe if my throat wasn't so parched, I wouldn't have to keep talking. Wait, that doesn't make sense. Just give me a drink, please. Colin, enough already. I haven't slept in two days. I went out of second story window and I want to get in two seconds a shut eye before I... Look, if I give you this, will you let me sleep? Yeah, yeah, all right. Probably. Nimm den Drink. Gib Colin... Achso, äh, da. Nimm ihn. Thanks, Bigby. Thanks, Bigby. Okay, da sind wir wieder. Ja, ich hab, bin mir natürlich wie immer nicht ganz sicher, was für Entscheidungen ich hier immer so schnell treffe. Manchmal denke ich ihm nachher dann immer, Autsch, okay, das war vielleicht ein bisschen zu unsympathisch. Aber ich finde, der Wolf ist so einer, bei dem ich mir vorstellen kann, dass wenn wir am Anfang erstmal so ein bisschen leicht, ja, wie halt so der einsame Wolf ihn machen, so ein bisschen, ja, komm, lass mich, mach das schon. Und dann entwickelt er sich später vielleicht in jemand netten, interessanten, jemand, der aufgeschlossener wird. Ich finde, das sind so sehr interessante Charakterentwicklungen. Würde mich jedenfalls freuen, wenn das in die Richtung geht. Von daher finde ich es vielleicht nicht ganz so schlimm, wenn er am Anfang noch so ein bisschen ruppig war. Bigby! Snow? Komm mit mir. Langsam, wo gehen wir hin? What is it? Where are we going? Out in front of the building. We have to get there. Hi. Hello. Good morning. Or evening. Yeah. Mhm. These walls are paper thin. We need to be careful. We'll talk outside. We'll talk outside. We'll talk outside. Okay, was ist da passiert? Eine Jacke? Von wem? Oha. Scheiße. Oh, wie bitter. Eine Prostituierte, nur ein Mädchen. Eine vielbeschäftigte Frau. Nur ein Mädchen. Oh, heftig. Hast du jemanden gesehen? Was ist passiert? Wer hat sie gefunden? Hast du jemanden gesehen? So, did you see anyone else? No. No one. No cabs? No voices? Mundys? Maybe, but... no. I don't think so. I would remember. Okay. Big P, did one of... us do this? There hasn't been a murder in Fable Town in a long time. All the more reason we shouldn't start a panic before we know what's going on. Have a look around. We don't have much time before people will be coming through here. Oh, das ist echt schlimm. Hat sie da irgendwas im Mund gehabt? Genau. Ich dachte, es wäre ihre Zunge, aber vielleicht ist das was anderes. Es ist... ihre Zunge. Oh. Es ist... eine Art Symbol hier. Hm. Ich... 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 Neither do I. Krass, okay. Strange Cut. What did this to her? What could do something like that? Either something very sharp, or something with magic attached to it. Etwas magisches? Aha. She was placed here with some care. What do you mean? You can see that someone didn't just toss her here. She was deliberately placed for us to find. What kind of monster would do this? Ein ziemlich großes anscheinend. Oder ziemlich böses. Holzfäller vielleicht. Aber wenn der das war, ich glaube, dann wird Wolf bestimmt noch Wache üben. Hm. I'm sorry. This is just... so surreal. Hm. Ähm. What... what do you want to do next? We still have some time. I should keep investigating the area. Okay. Good idea. Ja, ich schaue mich hier nämlich auch noch ein bisschen weiter um. Ich kann auch noch mal mit ihr quatschen. Hier kann ich nichts mehr finden. Aber vielleicht finden wir irgendwie hier bei dieser Blutspur was. Kannst du dir die noch mal genauer anschauen? Blut. Träger Blut. Ich würde sagen, es hat hier eine Stunde vielleicht schon gewesen. Mhm. Ja. Aber vielleicht ein gutes Indiz für irgendwas. Ja, hier ist bestimmt jemand rübergeklettert, ne? Über den Zaun. Aber... Genau. Mhm. Können wir, glaube ich, aber nichts mehr machen oder finden. Okay, der ist also von da hinten gekommen oder zurückgegangen, wie auch immer. Können wir an ihr auch noch mal vorbeigehen in die andere Ecke? Ja, können wir. Vielleicht ist derjenige ja eine Runde gegangen. Nee, hier können wir nicht drum. Würde mich ja nicht wundern, wenn eigentlich hier irgendwie in den Büschen auch noch irgendwas... wäre. Geh mal hier an ihr vorbei. An ihr vorbei, bitte. Genau. Da ist noch was. Nee, da ist niemand, aber... Okay. Dann würde ich sagen, haben wir uns das alles hier angeschaut. Das ist schon krass. Also ich meine, er mochte sie wahrscheinlich schon ein wenig und... Äh... Damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Hätte am Anfang jetzt eher gedacht, ach, da könnte sich ja vielleicht was Nettes zwischen den beiden noch irgendwie entwickeln. Aber... Nee. So natürlich nicht. Und wie wir auch gerade erfahren haben, mag er auch Snow sehr gerne. Äh... Die Snow White und bin gespannt, was sich hier noch ergeben wird am Mordplatz. Und mal gucken, ob wir den Fall noch aufdecken können. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.